Den Begriff verwenden wir jeden Tag, egal ob wir jemandem unsere Arbeit beschreiben, ob wir über unseren Job sprechen. Also Job ist etwas, was in unserem täglichen Sprachgebrauch sehr häufig vorkommt. Ein Amerikaner hat dazu mal, ja, nennen wir es mal eine Übersetzung gebaut und er hat gesagt, Job steht eigentlich für just over broke. Ins Deutsche übersetzt so viel wie ziemlich nah an der Pleite. Und die Frage, die ich heute gern mal mit dir in den Raum stellen möchte ist, wie weit bist du denn eigentlich von einer potenziellen Pleite entfernt? Wenn du heute aufhören würdest mit Arbeiten, ob du das bewusst selbst herbeiführst oder ob dein Arbeitgeber dir diese Entscheidung abnimmt, wie viele Monate würdest du mit dem, was auf deinem Konto steht, überleben können, ohne Pleite zu sein? Unglaublich viele Menschen in Deutschland würden wahrscheinlich sagen, nicht mal sechs Monate. Und das ist natürlich ein ziemlich trauriges Bild, weil es verdeutlicht, in was für einem absoluten Abhängigkeitsverhältnis wir Menschen stecken, wenn wir einem Job nachgehen, der natürlich in seinen Möglichkeiten, auch Vermögen aufzubauen, limitiert ist. Und gerade in den letzten zwölf Monaten, also während der Hochphase der Corona-Pandemie, haben mehr als zehn Millionen Deutsche wahrscheinlich diese Erfahrung gemacht. Warum? Circa zehn Millionen Deutsche wurden durch ihre Arbeitgeber in Kurzarbeit geschickt. Das Gehalt kam also nicht mehr vom Arbeitgeber, sondern es kam über den Arbeitgeber vom Arbeitsamt. Das heißt also, du musstest dich, wenn du in Kurzarbeit geschickt worden bist und du vielleicht betroffen warst, mit wesentlich weniger Einkommen auseinandersetzen, als du vorher durch deine ganz normale monatliche Gehaltsüberweisung zur Verfügung hattest. Und das macht uns mal wieder bewusst, wie groß ist eigentlich die Abhängigkeit aus einem unternehmerischen Job oder aus einem normalen Job, den du hast. Das Interessante ist, wenn wir in die nächsten Jahre hineinschauen, dann wird das nicht wirklich besser. Und dafür brauchen wir noch nicht mal eine Corona-Pandemie. Sondern wir müssen uns natürlich mit der Tatsache auseinandersetzen, dass circa 50 Prozent aller Jobs, wenn nicht sogar mehr, durch die Digitalisierung überflüssig werden. Und zwar egal, ob du in neue technische Prozesse investierst als Unternehmen oder ob du vielleicht autonom fahrende Busse, Taxi oder vielleicht sogar irgendwann Drohnen hast, die Menschen transportieren. An all diesen Technologien wird gearbeitet und das wird Jobs überflüssig machen. Natürlich kannst du hergehen und sagen, dafür werden andere Jobs neu geschaffen. Und mit den Worten von Richard David Precht, einem der, nennen wir es mal, neueren Philosophen, zu antworten, könnte man sagen, werden denn die Menschen, die durch die Digitalisierung ihren Job verlieren werden, automatisch dann diese neuen Jobs, die geschaffen werden, bekommen? Oder werden es andere Menschen sein, die neue Jobs ausüben? Und wenn du dich mit diesem Gedanken mal ein bisschen näher auseinandersetzt, dann stellst du fest, dass es Zeit ist, etwas zu tun für den Fall, dass du es bisher noch nicht getan hast. Und hier setzt mein Thema für heute für dich an. Nämlich, was kannst du aktuell tun, wenn du einen Job hast, dir darüber Gedanken zu machen, wie du aus diesem Job nicht nur Einkommen produzierst, was im Rahmen eines Überschusses für deinen Vermögensaufbau dient, sondern wie kannst du einen nächsten Schritt gehen, der dir dabei hilft, tatsächlich mehr Vermögen aufzubauen. Deswegen gehen wir jetzt mal ein paar Punkte gemeinsam durch, die ich mir für dich notiert habe. Also, das allererste, was du tun solltest, ist natürlich, wenn du dein Einkommen hast, eine Einkommensbilanz zu erstellen. Das ist gar nicht so schwer. Eine Einkommensbilanz ist eine Gegenüberstellung deiner Einnahmen und deiner Ausgaben. Und natürlich ist es sinnvollerweise so, dass am Ende eines Monats, wenn du abgerechnet hast, weniger ausgegeben wurde, als du eingenommen hast. Das wäre schon mal ein großer Schritt. Du hast dann einen Überschuss. Das zweite ist, dass du dir natürlich Gedanken machst, wo kommst du mit diesem Überschuss denn hin in Bezug auf deine finanziellen Ziele. Weil deine finanziellen Ziele solltest du vorher gesetzt haben. Das heißt also, wie viel Kapital möchtest du für die Erreichung kurzfristiger Ziele zur Seite legen. Also beispielsweise, du möchtest einen sogenannten Notgroschen haben. Dieser Notgroschen ist nichts anderes als eine Rücklage dafür, dass, wenn mal schlechte Zeiten kommen, du nicht gerade an deine ganzen Vermögenswerte ran musst, sondern dass du immer etwas Kapital zur Verfügung hast, auf das du sofort zugreifen kannst. Die typischen Beispiele sind, dein Auto geht kaputt, du brauchst eine neue Waschmaschine oder du musst dir, keine Ahnung, einen Kühlschrank kaufen. Also all diese ganzen Dinge fallen da drunter. Da baut man zunächst erstmal eine kleine Reserve auf. Ein zweiter Themenbereich, da gab es auch schon mal ein Video dazu, ist natürlich der für die mittelfristigen Ziele. Also wenn vielleicht das nächste Auto in drei, vier Jahren ansteht und du dafür eine Anzahlung haben möchtest. Wenn du beispielsweise planst, dir ein eigenes Haus zu kaufen und dafür Eigenkapital bereitstellen möchtest. Also was musst du ansparen in dieser Zeit, um dieses Eigenkapital bereitzustellen. Und ein dritter Punkt, ein dritter Topf ist natürlich der langfristige Investitionstopf. Also das, was du wirklich an Vermögenswerten aufbauen möchtest. Und diesen Überschuss verteilst du dann am besten in drei gleiche Teile und baust dir damit entsprechend für die jeweiligen Zeiträume deine, nennen wir das mal, Vermögensreserven und Vermögensteile auf. Das ist der nächste Schritt. Aber der reicht natürlich nicht, wenn du wirklich Vermögen aufbauen willst, weil du musst ja schließlich dieses Vermögen und diesen Überschuss in drei verschiedene Teile teilen. Das heißt, zwei Drittel deines monatlichen Überschusses fließen nicht in den Aufbau eines langfristigen Vermögens und damit zahlen sie nicht auf dein langfristiges Ziel ein, vielleicht auch aus einem Vermögen Erträge zu generieren, die dir mal irgendwann deinen Lebensunterhalt finanzieren können. Und deswegen macht es Sinn, sich mal damit auseinanderzusetzen, welche anderen Investitionen bzw. Anlagen hast du denn aktuell? Und ein Beispiel, was ganz viele ignorieren, weil sie glauben, es ist ein Teil einer privaten Altersversorgung, ist zum Beispiel die private Rentenversicherung oder die private kapitalbildende Lebensversicherung. Über die letzten Jahre, man könnte sogar sagen, über die letzten zehn Jahre, haben sich die Lebensversicherungsgesellschaften in den Renditen, die sie für ihre Kunden in solchen Produkten erwirtschaften sollen, nicht besonders gut geschlagen. Das hat nicht nur was damit zu tun, dass das Asset Management nicht ganz sauber läuft, sondern es hat natürlich etwas damit zu tun, dass dieses Prämienaufkommen, was Menschen in diese Produkte einzahlen, natürlich auch garantiert werden muss, weil andere, die jetzt ausgezahlt werden müssen, weil sie viel längere Verträge haben, die jetzt auslaufen, auch bedient werden müssen. Das ist ein sogenannter Deckungsstock, so hat man früher mal dazu gesagt. Und der muss natürlich eine gewisse Garantiegröße haben. Und deswegen sagt der Gesetzgeber, dass das Kapital in Versicherungsprodukten, die von Kapitallebensversicherungen oder von normalen Rentenversicherungsanbietern zur Verfügung gestellt werden, nur nach bestimmten gesetzlichen Regeln angelegt werden darf. Also beispielsweise darf das Vermögen, was du als Anleger da einzahlst, nur zu einem bestimmten Teil in Aktien angelegt werden. Und es muss zu einem bestimmten Teil in festverzinsten Wertpapieren angelegt werden, also beispielsweise in Staatsanleihen. Dazu muss man wissen, Staatsanleihen produzieren gerade gar keine Erträge, weil wir eine Zinslandschaft haben, wo du dich praktisch mit null Zins verschulden kannst. Also zahlt kein Staat jetzt wirklich eine entsprechend attraktive Verzinsung auf eine Verschuldung. Und demzufolge macht das, was die Versicherungsgesellschaften in dem Portfolio haben müssen, gerade gar keinen Ertrag. Aber sie müssen es haben. Darüber hinaus investieren sie natürlich auch in entsprechende Immobilienbestände. Da überwiegend in Wohnungsbau. Aber auch das hat den Zenit mittlerweile überschritten. Das bedeutet also, mehr als drei bis dreieinhalb Prozent kannst du aus einem Immobilienportfolio bei einer Versicherung nicht erwarten. Das heißt aber eben, wenn du weißt, die Möglichkeiten der Anlageentscheidungen in einem Versicherungsunternehmen sind eingeschränkt, was ist dann die Rendite, die du auf deine Beiträge erwarten darfst? Und nicht zu vergessen, die Versicherungsgesellschaft hat auch noch Verwaltungskosten auf dieses Produkt. Und wenn du weißt, dass klassische Rentenversicherungen in der Regel zwischen 19 und 29 Prozent des gesamten Prämienaufkommens vor Rendite über die gesamte Laufzeit einer Versicherung an Kosten bei dir verursachen, dann weißt du, wie viel Rendite eine Gesellschaft machen muss, um mindestens die Höhe deiner Beiträge zu garantieren. Also für viele Menschen ist das eine, nennen wir es mal, trügerische Sicherheit, jetzt eine Lebensversicherung zu besitzen. Im besten Fall kann man überprüfen, wie groß ist das Vermögen in diesem Produkt, in dieser Rentenversicherung. Das wird einem einmal im Jahr durch die Versicherungsgesellschaft zugeschickt. Und das nennt sich dann Rückkaufswert. Also was würde ich bekommen, wenn ich meine Versicherung jetzt zurückkaufe? Und wenn du deine Versicherung vor 2004 abgeschlossen hast, dann hast du heute wahrscheinlich sogar einen Anspruch auf eine steuerfreie Auszahlung. Du müsst also Gewinne, die da drin sind, gar nicht versteuern. Das Spannende dabei ist, dass du dieses Kapital, wenn du es jetzt entnehmen würdest, auch wenn du noch gar kein Rentenempfänger bist, viel besser investieren kannst, wenn du dich mit dem Thema Kapitalinvestition selbst beschäftigst. Oder wenn du einen Assetmanager findest, der das für dich übernimmt oder mit dir gemeinsam auf den Weg bringt, weil die sind mit dir gemeinsam ja frei in der Entscheidung deiner Anlage. Das ist ein weiterer Punkt, über den du dir Gedanken machen musst, damit du gegebenenfalls aus den Erträgen von deinem Kapital mehr rausholen kannst, mehr erwirtschaften kannst, als es vielleicht das Versicherungsunternehmen momentan für dich tun kann. Aber auch dadurch wirst du deine finanziellen Ziele nicht zwangsläufig erreichen. Und jetzt kommt ein Punkt, der das Thema Just Over Broke für dich richtig aufbohren kann. Hast du dir jemals Gedanken gemacht, dass du vielleicht etwas von Wert besitzt, dass du Eigenschaften in dir vereinst, dass Menschen in deinem Umfeld dir sagen, hey wow, vielen Dank dafür, dass du mir an der Stelle geholfen hast. Das hat mich wirklich weit gebracht. Egal, ob du einen Rat gegeben hast, der vielleicht auf deiner Erfahrung basiert oder ob du vielleicht für jemanden etwas Handwerkliches getan hast, wo der gesagt hat, wow, danke dafür, da habe ich überhaupt keine Ahnung von, das hat mir jetzt ein Problem gelöst. Egal, was es ist, was dich für andere Menschen wertvoll machen kann, schau doch mal, wie Menschen in deinem Umfeld dich als Person mit deinen Leistungen, mit deinen Eigenschaften, mit deinen Erfahrungen, deinen Begabungen, deinen Talenten bewerten würden. Das Interessante ist, dass du dadurch deinen ganz individuellen eigenen Wert ermitteln kannst. Aber damit ist es noch nicht getan, denn wenn du deinen eigenen Wert einmal ermittelt hast, das bedeutet, du stellst fest, du bist wertvoll für andere, dann kannst du dir Gedanken darüber machen, was du daraus für ein mögliches Produkt entwickeln kannst oder eine Dienstleistung entwickeln kannst. Ich gebe dir mal ein Beispiel, damit du vielleicht ein bisschen näher eintauchen kannst in dieses Thema. Es gibt Menschen, und auch wenn das unglaublich traurig ist, die irgendwann mal eine Diagnose bekommen haben, dass sie sterbenskrank sind und dass die Heilungschancen vielleicht auch nicht besonders gut stehen. Aber diese Menschen haben nicht aufgegeben. Sie haben gekämpft und sie haben den Kampf gegen diese Krankheit gewonnen. Und ein paar wenige haben es sich danach zur Aufgabe gemacht, anderen Menschen Mut zu machen. Sie haben ihre eigenen Erfahrungen transformiert in ein Coaching, in das Schreiben eines Buchs, um Menschen, die mit derselben Herausforderungen konfrontiert werden, ein Begleiter zu sein durch diese Phase des Lebens. Und dadurch verdienen die Geld. Nicht, weil sie es müssen, sondern weil sie anderen Menschen helfen wollen, weil sie mit dem, was sie erlebt haben, für andere Menschen ein Guide sein können. Und so sind im Übrigen beispielsweise ganz, ganz viele Coaching-Businesses in den letzten Jahren entstanden. Also all das, was du an deinen Erfahrungen für andere Menschen mitgeben kannst, kann etwas sein, wo andere einen Wert darin sehen und bereit sind, dafür einen Preis zu bezahlen. Und dadurch könnte ein Business entstehen. Ein kleines am Anfang. Aber diese Wertschöpfung trägt natürlich für dich zu deinem Einkommen bei. Und du erinnerst dich vielleicht an das Video, als ich gesagt habe, Unternehmer dürfen richtig reich werden. Ja, natürlich. Je größer der Impact von dir auf den Zusatznutzen einer Gesellschaft ist, je mehr Wert du schaffst, umso mehr Geld kannst du verdienen. Weil umso mehr Menschen werden von dieser Leistung profitieren. Und das bedeutet, dass du dein Einkommen mit deinen Skills, mit deinen Fähigkeiten, deinem Produkt, deiner Dienstleistung entsprechend erhöhen kannst. Und wenn du das verstanden hast, egal ob du nebenberuflich mit einem eigenen Business beginnst oder ob du vielleicht sogar in ein hauptsächliches Business einsteigst, wird es deine Basis, nämlich das Kapital für deine Investmentprozesse, für deine Erreichung deiner Investmentziele natürlich aufstocken. Es wird dafür sorgen, dass du genügend Einkommen beziehen kannst, um Kapital zu entwickeln, was dir im Dreieck der Investing-Strategie deine Möglichkeiten erhöht. Und du weißt ja, Investing ist zusammengesetzt aus dem Thema Kapital, Strategie und den richtigen Assets. Also arbeite natürlich zunächst am Kapital. Und nachher, und auch das werden wir natürlich in den nächsten Videos weiterhin vertiefen, geht es in die Erarbeitung einer Strategie. Und diese Strategie, verbunden mit deinem Ziel, verbunden mit natürlich deiner Risiko-Aversion bzw. deinem Risiko-Verhalten, wird in die richtigen Assets münden. Also, welche Anlagegüter suchst du dir? Ist es eine Aktie? Ist es eine Immobilie? Ist es irgendwas anderes? Und dadurch wirst du deinen Vermögensaufbau mehren und entwickeln können. Ich hoffe also, mit diesem Video konntest du mitnehmen, was du an Möglichkeiten hast von dieser Bezeichnung Just Over Broke. Und vielleicht, wenn du drauf schaust, tatsächlich von dem Risiko, nur eine begrenzte Zeit von deinen Rücklagen leben zu können, wie du das für dich verändern kannst. Das ist vielleicht nicht für jeden etwas, aber wenn es dir beispielsweise dabei helfen kann, deine Vermögenswerte zu mehren, dein Einkommen zu erhöhen und damit deine finanziellen Ziele zu verfolgen und zu erreichen, dann hat das Video schon seinen Zweck erfüllt. Ich wünsche dir dabei natürlich viel Erfolg und freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Das passiert allerdings meistens nur dann, wenn du diesen Kanal abonniert hast und wenn du die Glocke betätigt hast, weil dann bekommst du natürlich sofort eine Information, wenn wir das nächste Video für dich hochgeladen haben. Also, wir sehen uns dann. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.